Guten Tag, es wäre aktuell um 16 Uhr. Justizminister Wolf von der CDU hat in der Justizvollzugsanstalt Stammheim ein Pilotprojekt vorgestellt. Damit soll es möglich sein, Dolmetscher per Video zuzuschalten. Eine bessere Verständigung ist das Ziel und damit auch eine schnellere Abwicklung. Denn in den überfüllten Gefängnissen gibt es einen hohen Anteil ausländischer Insassen. Gegen zwei frühere Vorgesetzte des terrorverdächtigen Soldaten Franco A. ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Das wurde heute aus dem Verteidigungsausschuss des Bundestags bekannt. Die Männer sollen nicht gemeldet haben, dass es Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Offiziers gab. Die Sparkassenversicherung wird die Schäden des Biogasunfalls in Engstingen nicht regulieren. Die Anlage sei zum Zeitpunkt des Unfalls nicht genehmigt gewesen. Deswegen lege kein Versicherungsschutz vorteilte die Sparkasse heute mit. Im Januar waren 1,5 Millionen Liter Gärsubstrat aus der Anlage gelaufen. Mehrere Keller und eine Gaststätte wurden dabei überflutet. Die Betroffenen müssen ihre Ansprüche jetzt an die Betreiberfirma der Biogasanlage richten. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat bestätigt, dass es im Dieselskandal auch Ermittlungen gegen VW-Chef Müller gibt. Es gehe um den Verdacht der Marktmanipulation und um die Frage, ob Müller die Finanzmärkte über drohende Gewinneinbrüche zu spät informiert hatte. Dabei soll auch Müllers Tätigkeit bei der Porsche SE untersucht werden. Informationen zum Tag aus Baden-Württemberg finden Sie natürlich auch bei uns im Netz und in der SWR aktuell App. Und nach den 5-Minuten-Nachrichten kommen jetzt 5 Minuten Fitness, gleich bei Kaffee oder Tee. Und die nächsten Nachrichten im Programm sehen Sie dann wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017